Musik Haben Sie das gesehen? Falsche Entsorgung kann bestraft werden. Falsche Entsorgung kann mit einem Bußgeld bestraft werden. Aber was bedeutet Falsch Entsorgen? Wenn man den Abfall zur falschen Zeit bereitstellt, beispielsweise zu früh. Abfall darf je nach Quartier maximal 12 Stunden vorher, in der Zone C maximal 3 Stunden, auf die Strasse gestellt werden. Nicht einhalten der Benutzungszeiten bei den Quartiersammelstellen. Diese dürfen nur zu bestimmten Zeiten benutzt werden. Beispielsweise nicht am späten Abend, damit die Bewohnerinnen und Bewohner in den Häusern drumherum nicht gestört werden. Abfall muss immer in die Behälter der Sammelstellen entsorgt werden. Es darf nicht neben die Behälter gestellt werden. Hausgericht darf nicht in öffentlichen Abfalleimern oder in schwarzen Abfallsäcken entsorgt werden. Es müssen immer die blauen Gebührensäcke verwendet werden. Ess- und Trinkverpackungen sowie andere Abfälle dürfen nicht im öffentlichen Raum, beispielsweise auf der Strasse, liegen gelassen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017